Und damit herzlich willkommen zu einem Ründchen Dead by Daylight. Ich habe in meiner Verpeiltheit schon wieder fast vergessen... Hier ist mein Totem. Ich habe schon wieder fast vergessen, Aufnahmen zu drücken. Alles klar, Roklärchen. Wir haben wieder das Eddon dabei, mit dem wir uns heranschlächen können. Ich habe so im Gefühl, dass es diesmal vielleicht keine ganz so gute Runde wird. Hä? Okay. Wollte ich sagen, weil die Map ein bisschen anders ist, ein bisschen größer ist. So, hab dich. Da wird bereits fleißig geschraubt hinter mir. Ich höre das genau. Ja, hol ihn runter. Mach das. Dann bist du die Nächste am Haken. Das ist auch recht. So. Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Oh! Guter Zug. Hätte ich mir aber eigentlich denken können. War ein bisschen größer bei mir. So, festgehangen am Karton. Kenne ich. Habe Mitleid mit dir. Begrenzt. So, komm mal her, hier. Blöder Fehler, mit dem da hochlaufen. Komm her. Komm her. Dann hängt jeder von euch schon mal einmal. Das ist doch in Ordnung. Da ist auch gerade einer geflitzt. So, die hier gibt ordentlich Fersengeld. Da hinten lief einer mit dem Werkzeugkäfer. Nichts. Habe ich nicht geschafft. So, komm mal her, hier. So. Hab dich. Ist nicht. Du wirst nicht dazwischen klettern. Vergiss es. So. Du kommst in den Keller. Dann hinkt ihr jetzt schon fast alle einmal. So. So, komm doch her. Das macht so Spaß. Mit dem Sehen können. Das habe ich doch gesehen. Der Hose doch aus dem Keller. Ist mir doch egal. So. Hast du verschwendet? Das wollte ich dir nur mal gesagt haben. Und ich sehe dich immer noch. Das hat mich übergegangen. Das war, dass ich hier rauskomme. Mach das nur. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Dann bin ich immer ganz froh, wenn die mal gleich am Anfang weg sind. Und ich sehe mich jetzt nicht. Was auch immer das jetzt war. Hä? Clever. Hatte nur leider gar nichts genützt. da ist der nächste Haken. So. So, dich hatten wir noch gar nicht, Junge. So. Einmal Rücken kratzen, bitte. Ist für umsonst. Hinter mir rattert der nächste Generator. Wir sind mal zielstrebig. Na, schaffen wir das? Ja. Dich hatten wir sogar schon. Sehe ich jetzt erst? Du bist ja der mit den... Der mit den Ärmchen drumherum. So. Sehe ich abends hier. Hallöchen, Blondchen. Da ist er. Eva braucht es alles. Da ist er. Ja, jetzt ist kaputt. Jetzt ist blöd, ne? Hast du Sprintboost? Nach Hüpfen? Ausgewogener Landung? Ne, schaffe ich nicht mehr. Okay. So, hast dich verraten gerade. Mensch, jetzt jahre ich die eine hier durch die Map. Während die andere hier schön... ...gechillt die Generatoren machen. Oh Mann, jetzt... Die Hände hat mich kaputt machen. So. Nächste fertig. Da war ne Meise. Ja. Die Müttertaschenlampe, wollte die wohl nicht helfen? Entschuldigung. Reusmann musste gerade mal sein. Nein. So. Ich kämpfe die jetzt nicht ab. Ich muss... Na, sage mal. Du schon wieder? Das ist ne Sackgasse. Okay. Du machst denselben Fehler wieder? Na... Oh, hohoho. Ein Dead Hard. Okay. Der hat jetzt gerade wirklich die Haut gerettet. Ansonsten wärst du jetzt schon Matsch gewesen. Okay. So, da war doch was. Nö, nö. Komm, wir heben dich auf. Die holen uns die später. Nice try. Nice try. So, der Tick hat nicht... Ich habe erst einen Toten. So, den haben wir schon mal angekreischt. So, komm mal her. Koffergirl. Weg mit dir. Oh, ernsthaft. Gut, dann nicht. Hat sie mir nicht gegönnt. Kleine Bitch. Ist nicht nett von dir? So, das heißt, zwei sind futsch. Bleiben noch zwei andere. Die noch drei Generatoren zu machen haben. Wir zersperren mal die Paletten auf unserem Boot. Ich habe kurz gedacht, ich hätte jemanden einen Totem zerstören hören. Aber das war wohl nicht der Fall. Da arbeitet auch gerade keiner dran. Wo seid ihr? Wo steckt ihr? Wo steckt ihr? Irgendwie nicht an den Generatoren. So, Palette bitte runterreißen. Danke. Danke. Blöd, oder? Okay. Hat sie besser gemacht? Da hinten läuft sie. Hier hinten lief sie. Hä? So, ein Kratzer. Den hast du schon mal weg. Da hinten ist der andere Typ. Ich habe den genau gesehen. So, wir machen die Palette auch kaputt. Alles, was weg ist, stört mich nicht mehr. Wo ist denn jetzt hin? Ha! Na gut. Da ist mir jetzt gerade tatsächlich noch entwischt. Habe ich wieder was übersehen? Da war die Luke. Da müssen wir wenigstens gleich, wo wir den Kollegen dann finden, wenn er da kämmt. Zwölf Meter Umkreis ist natürlich auch nicht so viel. Ich muss schon echt nah dran sein. So, hier bei der Luke kämmt gerade keiner. Wo hat die sich denn jetzt hingesetzt zum Heilen? Der andere versucht gar nicht mehr zu schrauben. Doch, tut er. Hallo. Guck mal her, Ash. Huch. Na gut. Mach mich mal wuschig, wenn jemand so hin und her läuft. Was? Ich dachte, er dreht sich jetzt hier voll rein. Egal. Jetzt aber. So, wir lassen ihn liegen. Ach, weißt du was? Hier. Die kriegst du auch. So, und jetzt suchen wir die andere. Und jetzt suchen wir die andere. Hier ist gerade ausgewogenes Schweigen auf meiner Seite. Hat sie denn überhaupt vor, ihn zu retten? Und wenn ja, wo ist sie? Höh, wieso steht der wieder? Kulir. Wieso stehst du wieder? Hier, bitteschön. Jetzt bleibst du da mal liegen. Wo ist die andere? Wir machen es aber spannend. Wenn er jetzt stirbt, geht das Endgame los. Dann kann sie nur noch durch die Luke, von der ich ja weiß, wo sie ist. Oder halt durch die Ausgänge, wenn ich die Luke vorher schließe. Nochmal von alleine aufstehen ist nicht. So, ich muss mich damit abfinden, dass sie sich hier anscheinend nicht in der unmittelbaren Nähe befindet. Sehr mysteriös. Also, er kraucht extra weit weg. Wahrscheinlich damit ich dann die Luke nicht zumache. Jetzt habe ich dich doch noch gefunden. Wir wissen genau, wo sie hinläuft. So, du bist die Erste und ihn hole ich mir als nächstes. Komm hier, Kollege. Du kannst mir sowieso nicht entkommen. Du hast die Falle auf. Lauf nur. Lauf nur, Ash. Du wirst zu Asche. Ich verspreche es dir. Was? Wie konnte ich ihn daneben hauen? Er war doch direkt vor mir. Ich hasse den. So, komm her, hier. Blutrausch? Das ist nicht witzig. So. Okay, der nächste Haken ist da oben. Boah, jetzt hänge ich auch noch fest. Ist nicht. So, sie kämpft natürlich an der Luke. So, komm her. Ist nicht. Gönne ich dir nicht. Ihr habt mich ja so geärgert. Guck mal, hier ist die Luke. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Wie war sie? Ja. Ich mag mich zwar angestellt haben, aber ihr habt euch mehr angestellt. Juhu. Das Adam ist so cool, Leute. Ich bin fauchy, das kleine Schweinchen fein. Ich fauch hier rum und krauche ganz allein. Meist könnt ihr mich gar nicht hören. Und wenn doch, dann ist es hier zu spät. Hihaha, Haki, 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 Haki. Boink. Ja, nieder, da freue ich mich trotzdem drüber. Immer wieder schön. Oh, viermal schillernd. Wow. Das war nicht schön. A Fading Soul. Hier. Huch. Was passiert? Das wollte ich gar nicht. Das hat mich gar nicht interessiert. Hier. Lamellen wegen Aufgabe. Zack. Wird jetzt nämlich härter verfolgt, für die sie es noch nicht mitgekriegt haben. Es soll Ärger geben für Aufgeber. Aus Frust. So, sehr schön. War eine schöne Runde. Jetzt spiele ich wieder Überlebender. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss, Mütküchen. Bis dann. Tschüss. Es soll zu verstehen. Ich doct. May kolejne Runde.